wo sind wir entstehen geblieben sie waren 30 jahre lang befreundet ja er ist ja böse was diese anschläge angeht zum zeitpunkt des angriffs waren sie nicht auf ihren posten so dass der präsident ungeschützt war finden sie nicht dass solch ein verhalten verdächtig ist sie haben das alles geplant und welche beweise haben sie für diese absurden anschuldigungen ich bin der nationale sicherheitsberater das heißt ich verhindere terroristische angriffe ich plane sie nicht wenn sie beide so von ihrer unschuld überzeugt sind können sie sich ja umgehend stellen leon ist so unschuldig wie die kurle ja in den präsidenten reingepackt hat ja genau willkommen zu der liebe sechs leute der niro und master sind wieder am start wir sind hier immer noch im untergrund von der kirche und wir haben meine schwester erledigt ja und dabei hatte er nicht mal einer gott meine munition noch pistolen munition habe ich voll wenig okay und so dank man ein neuer tag eine neue aufnahme session ist das nicht cool und ein neues kapitel und hebel was wir noch gar nicht gesagt haben wir hatten ja hilfe von ada gehabt ja genau dann ist sie wieder gegangen ja spoiler wir sitzen jetzt im salat christen leider mit die leichen die kino fähigkeitspunkte so muss ich alleine ok ich nimm es mit jetzt ich hey jetzt mich nicht warte moment scheißschlange ich krieg das scheißschlange das spiel mobb mich leute das spiel mobb mich schlange sind doch ziemlich cool ich sag ja auch nichts gegen schlangen ich merke aber müssen wir müssen gar nicht so nach schätze aus ausschau halten gibt gar keine schätze in dem spiel glaube ich die fähigkeitspunkte ja genau welche wir mal aufgegeben haben dieses mal ja wir haben es doch eigentlich mal fähigkeiten weil jetzt habe ich doch endlich mal raus gefunden hier ist noch ein sag wer von zwillen öffnen und sind noch mal ich werde ihn ja klapperschlange das ist das nacht kann ich auch angreifen ich glaube ja klar ist das strom gewährt natürlich kann man damit angreifen wenn ich meinen nahkampf irgendwie damit zu sich weil so ein messer hat vorne ja du kannst auch hier mit einem scharfschützengewehr angreifen du kannst mit allen waffen angreifen stärker ist war die einrichtung zuständig ich gehe dadurch ich gehe dadurch da klappt gut weit was was hier nein ja warum bleiben wir kann ich auch ganz herunter ja das sollte natürlich nicht warten wieder aufstehen ich bin nicht aufgestanden der zombie hat an meinem fuß geklappt und dann bin ich aufgestanden nein da schon mal guter einstieg somit mal war gott sei dank haben wir die akka noch ja klar mit der kirche noch da muss man aber muss man hat er so machen naja also das spiel hat uns da habe ich nie gesagt man sich duckt und so ne so offiziell glaube ich offiziell nicht ich glaube darüber war ich bin lauer kraft ich bin nicht drake und auch hinter dir ja ja der der hat haben wir am fuß mein plan war eigentlich mich die ganze unter den klingen zu verstecken und dann die zombies auf mich zukommen zu lassen aber hat nicht so ganz geklappt weil du gestorben ist ja ja das licht und mir was tut mir leid was das denn warte mal moment mal ich werde ich werde versuchen ich werde etwas versuchen und die fresse da wenn ich direkt vdrücke danach dann komprimiert natürlich ein kompliment machen wir mal im fünften teil und man hat sofort danach machen ja jetzt ist die frage wo müssen wir noch hin wir müssen irgendwie am voll voll vorbei diese flammen sind extrem gefährlich wir müssen sie irgendwie umgehen naja wie denn ja wie hoppla oder ergeber bitte da weg ja es wollte damit das feuer ausmachen aber nein hier habe ich gesehen ich kann dich hochschicken ich habe das getrennt zu sein in dem spiel ja ich auch mag es auch nicht jetzt tausend mal gefährlicher als im fünften teil ja hier kann ich schießen ich freue mich kann ich kann nichts tun und ich glaube du musst halt für mich das feuer ausmachen ja aber nein hier ist eine leiche ja oh mein gott helfe hinter mir ist ein zombie da hat aber dann habe ich gehört nein du hast bei mir am leuchten so ich glaube du warst beinahe tot ich habe noch vier energieeinheiten keine sorge ja ich mache ich das ding aus ist irgendwie ein schalter oder sowas in der art erst mal muss ich ja jetzt habe ich hier eine kurbel ziehen deswegen ach so dass das feuer für mich ausgemacht dankeschön hilfe bist du bist du wahnsinnig ich habe ich genau gewusst wie es funktioniert ich muss die ganze kurbel ich will auch mal kurbeln ja ja so machen wir alles klar schon mal aus die fingern davon weg guck mal sind gibt es nichts ja hier gibt es nichts ja hier gibt es nichts und noch mehr nichts und noch viel viel mehr nichts glaubst du hier gibt es das gewisse nichts ja ich habe versucht mit gewalt zu öffnen hat nicht geklappt beweise für die verwandtschaft die verwandtschaft simmons stamm baum vermutlich und bestimmt sind alle so mies wie er aber was für beweise vielleicht zombies wenn dann mache ich das ding wieder an ne du bist verheiratet nein nein hier steck ihn mal rein bingo danke für das geschenk jeder jeder macht macht mir halt immer die die freundlichsten geschenke überleben sie den angriff der zombies und röster ja ich mach mal die kurbel an wenn es geht ne ja und ich glaube dass das noch mehr mehr als so zombies da 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 bleibt gar nicht an okay ich muss ja gleich nein da kommt durch der aber nicht brennt 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 kampf da zwischen dir und den typen ja ich habe ihn gewonnen was ich los hilf wir nehmen an tiktak nein tiktak gegeben aber egal ich habe erst hilf des spray was steckst du hier hier fehlt nur ein ap hast du den kick gesehen von mir ach ja ha 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 die kurbe ja moment moment halb bleiben sie ruhig la ha ha ich ha 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 ja danke hat jetzt endlich hinter sich ich habe ein achievement bekommen die spucken geht kurz nach mir ich werde sie anzünden und kaut da bitte weg hast du alle erledigt dass meiner jetzt keiner wenn ich einen rot sogar glaube ich noch ja ich brauche unbedingt ein grünes kraut ich habe kein gutes kraut der fähigkeitspunkt da kann man ja durch ja was tust du da nix sesam öffne dich wir holen uns nasse füße und da ist ein ungeheuer im wasser also ungeheuerlich also will ich jetzt gerade auf diesen joker wartet nein dieses wasser ist eiskalt es ist so kalt hier ich hole mir das zu füßen und das im winter da da muss man das mal gucken was da ist paar waren kaputt gehen in der ferne ja ich habe eine base kaputt gemacht mein drang sie zu zerstören war wieder mal da das war vernichtet ich habe ich habe gesagt das ist da drin oder ist ein emblem pardon ich meine natürlich ein abzeichen ist ja kein emblem stimmt das müssen wir schon wieder durch ich muss schon wieder irgendwo geschickt werden ja irgendwie wer will das spiel ist halt immer auf diese weise wenn man mal die tür für mich ja auf da habe ich mich schon bei ducken schlimm ich habe das war mir ich habe ein zombie so dass ein zombie ich bin ja gerade am liegen klar also weg das meint der tod ich muss ich mich ja immer mit dem tür wasser gewesen alter der trend gehen soll ich dann sage ich muss ja im liegen gegen zombies kämpfen ich sehe die zombies hier nicht mal weil sie im wasser sind egal sie einen ausgang noch mal ein bisschen schneller noch mal ein bisschen schneller aber ich kann mit lehrt hast du ein bisschen schneller ok gut da kurbe ich gehe raus aus dem lotter da bitte oh nein warum habe ich mich bewegt hier ist eine kurbel irgendwo aber ich muss mich jetzt mal irgendwie kümmern da bewegt sich ich wusste es das ist eine andere leiche gewinnen ich komme ja mal ich weiß nicht ob er macht aber bei dir macht das ok ok ich komme nicht durch geht es von ihrer seite auf moment ich sehe nach moment ich muss nachsehen ich gucke bei dir ok aber ich sehe nichts alles ist dunkel ich muss mich hier wieder durch die hirbelne klingen rutschen fähigkeitspunkte aber muss ich das ja machen oder hatte ich das schon ich komme glaube ich nicht vorbei weil wir sind so fallen sind so schwer kommen ja die sehe ich auch gerade ich wusste mich gerade wirklich wirklich ich habe noch ein sagt schlange lange ich kann nicht mehr ich kann nichts tun die wird außerhalb meines sichtfeldes die wurde auf die wird die wird auf den sperren ja aufgeschmissen ich kann ich kann gar nichts hier machen gerade ich muss auch nicht weil warte doch war warte moment ich kann doch was machen man aber weil ich dadurch kommen kommen doch so bei mir ach der zombie der hat der hat die ganze zeit die späre herrhe angekurbelt jetzt habe ich das kapiert ja ich brauche eine kurbel ja ich komme schon ich komme schon ich so schaue ich so schon ich suche ja ich suche ja ich habe eine kurbe cool der zombie hat eine flasche dann hier habe ich gerade abgenommen mein kollegen ja legen was du gerade an der kurbel gedreht ja ich muss irgendwann abstellen hier gibt mir deine flasche ich brate damit eine über wo ist eine kurbe für währenddreht ist es an dieser fucking kurbel ich weiß ja gar nicht wo ich hin muss du siehst mich ist gerade auf einer brücke warum bekomme ich die ganze meldung aufs team sich hier irgendwo machen ich bin jetzt hier oben was muss ich machen was ist sicher ich soll nicht die kurbel aktivieren irgendwo bei mir ich mache jetzt an du bist nicht da wie gesagt du aktivierst dadurch die stacheln ich habe die grad mit der aktiviert sehr gut ich komme da hoch ich weiß halt nicht was ich machen muss ich habe hier nur eine kurbel ich habe hier so ein ort wo ich hoch klettern kann aber hier ist nur so zum 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 gucken glaube ich ich habe bei mir vor nur ich habe bei mir nur so ein tor also nehme ich an du musst bei dir irgendjemand noch drehen irgendwo aber ich kann nichts drehen weil weil ich ja die kurbel brauche aber da bei mir zeigt er hier da der ziel 17 meter bei mir immer da wo die stacheln waren und mir zeigt er da irgendwie ist irgendwas schon als wenn die alle bei mir ich gebe der feuer schutz da hinten bis bei dir eine kurbel bei mir tut er die leuchten anzeigen links von da habe ich nicht durch nee da ist das sind toller vor da muss ich jetzt sehen wir die kurbel aktivieren wahrscheinlich keine ahnung ich mach mal du stehst ja nicht da nein nein hier geht es nicht auf aber ich brauche selbst eine kurbel irgendwo schießt dann einer bei dir ich muss jetzt alle erledigen irgendwo schießt bei der nur einer sich gerade hier leider zwei noch die drucken sich alle nicht getroffen bei mir stand gerade finden sie ihren partner er hat die kurbel in der hand gehabt der liegende zombie der hatte die die kurbel in der hand und dann kannst du die aktivieren okay man 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 hat redet siegel ja ja hier gibt es keine kurbel ich suche sie wir wissen nicht ob überhaupt keine da ist deswegen hat er auch gesagt okay so im sinne von hier gibt es keine kurve ich muss eine finden vor dem habe ich dich zu treten nicht nur vorausichtig da soll man lieber erledigen wenn die außerdem außerhalb von den dingern sind oder was ja die trauen sich die nicht rüber zu mir der hier ist so eine richtige schreie ist ein richtiger schreie als ich bin so was nein bei pläten nein ich glaube in der langen überlebt und lebt sich selber wieder keine ahnung er hat mich angepasst kann er sagen heute ist irgendwie nicht ein tag so irgendwie ist aufgespäß wird geschlitzt von diesen klingen ja und dann werde ich auch noch aufgefressen und auch noch angefasst großen dinge heißen angeblich rocker nach den ladewitsch weil es heute mal versuchen können es immer hinter den staffeln ich tue die einfach aktivieren vielleicht laufen ja alle da rein ja moment ja vielleicht mal dahinter ich stehe dahinter es war einfach ein bisschen rein auf ja komm näher komm näher okay ich glaube der war von der war gemacht sein du kannst du kannst loslassen mir ist auch noch irgendwo einer du klappe jetzt geht mir deine belohnung okay bei den kurbeln baust wenn ich doch immer sagt jetzt hat bescheid okay ich mache die stacheln fertig ich heute kurbe ich morgen vor blick auch die mal rein das wäre es noch mehr natürlich war ein bisschen eine mit der kurbe kommt natürlich ich gehe mal nach oben irgendwann hat die fallen lassen glaube ich ja ich sehe sie vortritt nicht aufstehen nein bestehen wieso habe ich denn nicht also die potzen wir hier voll und es kotzt mich an das keine kräuter mehr ich brauche ein grünes kraut und ich sehe dann grün ist gerade irgendwie kriegt diesen zum wieder nicht tot ich sehe mich wo ich sehe von wo der schießt aber ich sehe nicht ich glaube ich habe ihn ja ich habe ihn sein muss vorsichtig sein bloß vorsichtig ich weiß halt nicht richtig wie man sich juckt also irgendwie will es heute nicht muss irgendwie den drücken knopf die ganze gedrückt halten ich weiß auch nicht genau ich suche sie wir wissen nicht ob überhaupt eine da ist stimmt tut er immer da hinterlassen ja den klingen ist natürlich doch er damit einfach für eine knarre erledigt mit der pistole geben aber schönes ok und ich weiß nicht ob ich die treffe ich glaube der hat die wieder gedroppt ich habe sie gleich gleich habe ich sie so etwas geduld ich habe sie jetzt einfach zurückgehen und zu sterben ja ich will die ganzen blut haben da ist noch einer nein ich habe meine scharf schützen kriege ich kriege ich ja schon ich schaffe es ich schaffe es ich schaffe es mal eben finger weg finger weg ich habe ihn nein er hat aufgeschnitten das ging also hat das gegner beheben retter maß als leben doch diese situation schaffen die antwort lautet ja denn jetzt habe ich habe habe ihn erledigt moment jetzt kurve wieder wind mir kommt jetzt kein checkpoint will es auch eigentlich ein checkpoint ok hier sind zwei ebel ok dann hier hoch das machen wir auf ich mache dir auf vor der entrüstung an ich habe keine schrotposition mehr ich habe auch keine scharfsätzen munition ja ja da war es dann